Fergie Fergie hat ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Geburt und sie sah umwerfend aus. Der Black Eyed Peas Star trug einen weißen Bläser und enge Jeans. Das Haar ließ sie offen und die 38-Jährige machte sich ein bisschen größer mit den High Heels. Die frischgebackene Mama ließ ihren Sohn Axel zu Hause und kam zusammen mit ihrem Mann Josh Dümel zu einem gemeinsamen Dinner in Beverly Hills. Der Schauspieler chattete vorher nach Los Angeles, nachdem er neben Liam Hemsworth bei einer Shop-Eröffnung in New York City war. Der 40-Jährige und die Schönheit kamen aus dem Restaurant Hakazan. Und der Star war glücklich, etwas über seinen kleinen Sohn erzählen zu können. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's Baby Axel? Great, Mann. Gut zu hören. Die Elternschaft steht den beiden wirklich gut.